Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gerne einmal eine Portion Gleichberechtigung. Das tut mir jetzt leid, aber das ist leider frisch aus unserem Sortiment gestrichen worden. Aber die Lagerbestände verschiedener Sexismus-Pakete sind neu aufgefüllt worden. Da hätten wir zum einen das 3K-Paket, Kinderküche, Kirche und, wenn Sie jetzt zugreifen, eine Suppenkerle dazu. Oder das Frauen am Arbeitsplatz-Paket, das wäre das hier. 20% geringere Löhne, sexuelle Belästigung und geringe Aufstiegschancen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017